RelaxSmile ist ein sogenanntes minimalinvasives Augenlaserverfahren, bei dem ein Schnitt von nur ca. 2 mm in der oberen Hornhautschicht notwendig ist. Die bei der LASIK übliche großflächige Öffnung der oberen Hornhautschicht, was wir Augenchirurgen FLEP nennen, entfällt bei diesem Verfahren. Und darin liegt auch der große Vorteil von RelaxSmile. Es werden ca. 80% weniger Hornhautnerven verletzt. Die Hornhautstabilität bleibt intakt, die Gefahr von trockenen Augen sinkt deutlich und es werden natürlich die verschiedenen Risiken, die der FLEP-Schnitt einer LASIK mit sich bringt, vermieden. Aufgrund dieser Vorteile empfehlen wir, wenn ein Patient für die Behandlung in Frage kommt, RelaxSmile statt LASIK.